Ich weiß, aber es ist wieder voll... Alter, der Turm ist gerade. Wer war das? Ey Eis, man klaut gerade alles! Eis, bitte nichts klauen. Eis, Eis... Boah, hast du die Diamanten etwa geklaut? Ich wollte nur die angucken, die waren so schön. Würdest du gerne welche haben? Ja. Ich auch. Das ist die neue Rüstung. Du folgst erstmal die Regeln. Okay, Regeln. Nichts klauen. Klauen würde ich nicht tun. Nichts in der Stadt bauen, das kann, geht eh nicht. Nichts schwaulen würde ich auch nicht machen. PvP, weiß ich. Hallo, du musst weiter! Okay, gut, hab ich. Nicht schwaulen, nicht schwaulen, schlecht grün. 1. April aus einer Weise. Achso, am 1... Oh, die ist doch 1. April, oder? Ja, cool. Eis, gesteig. Ich wollte ihn zerstören. Darf ich den Eis, den wir jetzt mit dem Eis geben? Ja, ja... Ganz kurz nur, damit der Bug weggeht. Ich hab so einen komischen Item-Bug gerade. Ja, ist okay. Und warte, ähm... Dann musst du hier auch... Das Haus hier musst du auch hier so fertig bauen, weil... Da ist irgendwie ein Loch gekommen. Okay. Du darfst welche schon bedrohen, ne? Aber nur so aus im April. Ja. Darf ich auch welche im April, ähm... Ich hab einen Brunnen gebaut. Ja, schön. Oh, ja, ja, ja. Apropos. Ähm... Darf ich... Darf mir auch einen Lava einmal zur Richtig-Schnurz nehmen, oder? Ja. Was? Mein Hausmann springt. Cookie? Loi. Hey, ich war's gar nicht. Ich war da hinten und hab das Haus gebaut. Bitte macht jetzt keinen April-Shirts hier raus, ja? Nee, nee. Ist so kein April. Heute ist gar nicht der Erste... Boah, wer war denn das? Ja, ich kann's nicht gewesen sein. Ey, pass auf, Tempress oder, ähm, Panda, du nimmst jetzt direkt einen Leuten und nimmst du Game-Mode weg, weil irgendeiner mit Game-Mode war das hier. Ja, aber ich kann's hier nicht gewesen sein, weil er ist so dumm, äh, und springt sein eigenes Haus. Ja, vielleicht wegen April. Ja, das stimmt auch wieder. Und ich war hier hinten, also... Nimm sofort allen Leuten Game-Mode weg, dass keiner mehr was setzen kann mit, ähm, Game-Mode. Aber man kann sowieso nix hier. Weil... ...bezahl, Alter. Wie assi. Ich war das wirklich nicht, ne? Ja, okay. Ja, glaub ich dir. Das ist assi. Man darf gar nicht ein Haus sprengen. Nein, auf jeden Fall nicht, das ist voll assi. Wenn einer mein Haus sprengt und ich würd's herauffinden, der bekommt direkt IP-Bahn. Okay. Äh, wo ist denn überhaupt dein Haus? Ich hab das noch gar nicht gesehen. Äh, der Turm hier. Also, der Turm. Warte mal. Warte mal. Ey, du kannst doch mal an der Konsole nachschauen. Nein. Die geht gar nicht. Das ist mir so hingeklatscht. Komm mal alle zu mir in einen Karten. Die Konsole geht gar nicht? Was ist das denn? Wieso geht die nicht? Nein, man kann das ja gar nicht gewesen sein, weil... Kann man gleich wenig machen? Nein. Wenn nicht, warte. Aber wir sind ja auch dann gesehen, ne? Wir sind aus dem Server. Ja, wenn nicht, geht nicht. Man hätte das dann ja auch gesehen, wenn da einer gewesen wär, gell? Ich weiß, aber... Alter, der Turm ist grad... Wer war das? Tempres, du warst an dem Turm als Rett. Alter, Tempres, gib's zu. Ich war hier. Du warst als... Tempres, ich komm gleich wieder. Und dann gibt's aber echt Kasala, du. Ich war da. Du warst als Letzt... Als... Aber der hat... Der hatte eine Spitzkirche... Der hatte eine Spitzkirche in der Hand. Ich hab's gesehen. Boah, ja, toll. Dann brauch ich hier das Haus nicht... Tempres! Tempres! Du warst, ich hab's gesehen. Dass ich es war. Nein, ich war grad am Farmen, aber du warst es. Ja, glaub doch jetzt dran. Wer war's denn sonst, Tempres? Du warst es nicht. War's Tempres jetzt oder nicht? Ich komm jetzt wieder. Ich hab ein bisschen Holz gefahren für mein Haus. Tempres war das nicht. Tempres war das nicht. Ich schwör. Ja, ich war's auch nicht. Ich war da hinten. Ich hab ihn... Ich war noch zuletzt im Baumhaus. Ich war noch hier so am Fenster. Hab ihn gesehen, nur mit einer Spitzkirche. Nix am Grund. Hey, hier ist wer, wenn nicht. Schaut mal, da ist wer, wenn nicht. Leute, das bin ich. Hau mich nicht auf! Du musst aufhören! Das bin ich. Ich bin das. Ja, warum bist du... Ich hab mich nicht... Ich war... Ich hab mich nicht Wendisch gemacht, wirklich. Ich hab... Ich hab Invisibility als Effekt. Bitte töte mich nicht. Ja, aber wer war das denn sonst? Ich hab Angst vor dir. Ich hab nichts gemacht, wirklich. Ich hab nichts gemacht, wirklich. Du hast dich doch grad zu mir tippet. Ich war am Farm, ich guck das Holz. Wenn er den Themen-Inventar hat, wenn er den Themen-Inventar hat. Ja, okay. Kenn ihn kurz. Nein! Wir ne... Nein, ich möchte das nicht. Oh, jetzt lächst er da. Nein, ich mach's doch! Ich hab ganz viel gefahren. Das klaut er mir nicht. Man darf in der Stadt nicht töten. Nein, du kriegst sein Zeug wieder. Nein. Wir machen das so. Das darf man nicht. Ich geb mir sogar OP-Äpfel. Das ist gegen die Regel. Ich geb dir... Ja, aber... Ich geb mir... Aber ich darf dich kennen. Du warst das doch. Ja, klar. Du bist schön weiter dran, ne? Ja, okay. Warte, warte. Wir machen das so. Ich war das nicht und du warst das nicht, okay? Ja, dann lock mich ein. Dann erzählen wir, wer es war auf Dusen. Ja, nee. Ich möchte dich dann zuerst töten dürfen. Ja, du kannst mich töten. Der Panda kann mich jederzeit töten. Töt mich mal, Panda, und schau, ob ich... Aber mich killt ihr nicht, ja? Soll ich ihn killen, Panda, oder nicht? Hör auf jetzt. Du tötest mich nicht. Panda. Nein, nein. Ich kill mich. Ja, dann kill mich mal. Kill mich mal. Ich hab nichts im Inventar. Kill mich, komm. Warte, ich zieh meine Rüssi aus. So. Wer ist jetzt noch irgendwer? Ich hab nichts, Mann. Ey, ne? Aua, 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 aua. Ich hab Sachen auch hier. Aua, aua. Und? Alter. Du hast mich getötet. Nein, der hatte die wirklich nicht. Ja, aber du hast mich getötet. Nein, das geht nicht. Ich find das echt scheiße. Das gibt's irgendwie in meinem Haus. Und auch noch Pannas. Ja, ich find das auch ein bisschen scheiße. Ich hoffe, mein Haus geht nicht kaputt. Das wäre nämlich echt blöd. Ja, denkst du. Warte, mein Chris? Mein Chris, ich hab unter deinem Haus gar keinen TNT gesehen. Ich auch nicht. Indie, wieso? Du schmeißt es weg. Hör auf. Du bist es, Cookie. Nein. Du schmeißt dir einfach das Zeug weg. Nein. Alter. Ich hab doch gesagt, alle seine Sachen wegschließen. Und meine Sachen aber doch nicht. Doch, Junge. Bist du etwa taub? Wieso bin ich taub? Ja, wenn du nicht hören kannst und mich killen, genau. Ich hab gesagt, alle Sachen weg. Und wir machen jetzt ein Hals. Du hast nicht mal das Recht, mich zu killen. Du hast auch nicht das Recht, mich zu töten. Wieso? Weil wir seine Bodyguards sind. Kapierst du das einfach nicht. Und Tempris? Ey, was? Tempris, kill mal Tempris, ob der Gäste hat. Ich brauch meine Sachen doch. Okay, ich leg die Küste in die Küste. Kill den mal jetzt. Nein, alles weg. Töte ihn. Ja, okay. Alles weg. Sonst sind meine ganzen Sachen weg. Nein, du töte ihn jetzt. Nachher war er erst und er packt das Zeug jetzt weg oder so. Dann guckt doch alle jetzt in meine Küste. Dann seht ihr, was ich da alles habe. Ihr könnt auch mich killen, ne? Nein, passt schon. Du bist der Boss. Okay, wir killen dich. Hast du ein Schwert, das schneller geht? Nein. Ey, 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 Mann, klopft gerade alles. Hey, was ist das? Ich hab's gesehen. Das lag hier rum. Nein, du willst noch. Schnell, killt ihn, killt ihn. Du nimmst noch das. Ich hab gar nichts. In der Truh ist keine Axt. Oh, oh, jetzt plötzlich wieder alles drin. Die Axt sah schön aus, Alter. Was ist das? Da, da. Guck, 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 guck. Nein, ich hab nichts. Ihr könnt mich killen. Hör doch mal auf jetzt. Ich hab nichts. Ihr könnt mich killen. Komm, kill mich. Ich nehm nur eins. Oh, oh, Iceman ist es. April, April. Killt ihn. Bant ihn. Heute ist der 1. April. Ich hab euch verarscht. Bant ihn. Hey, was ist wieso? Das war nur ein April-Shields mit den Kisten jetzt. Ich glaub nicht. Iceman, noch einmal was abhaut bei mir. So, wir machen das jetzt ganz einfach. Jetzt sprenge ich sein Haus. Boah, seit Tempris da ist, geht hier alles kaputt. Nee, seit du da bist. Ja, seit du da bist. Ich war schon länger da als er. Tempris, Alter. Ich hab nichts kaputt. Ich hab nichts kaputt. Ich hab nichts kaputt gegangen. Ja, mein Bruder trinkt sich ein. Ey, Tempris, seit du leidst du alle leid. Ich bin dafür, dass Tempris gebannt wird. Ich bin dafür, dass Iceman gebannt wird. Guck mal, der schlägt mich schon wieder. Hör doch mal auf, Mann. Guck, da ist er doch gerade geflogen. Da ist er gerade geflogen. Du bist geflogen. Nein, du bist geflogen, eindeutig. Wenn das nicht eindeutig ist. Du bist geflogen. Das ist ein Flyhack. Nein, du bist geflogen. Das ist ein Flyhack. Ja, ein Flyhack. Ich hab kein Flyhack. Du hast selber Flyhack. Ich fliege weg. Ihr kriegt mich nie. Bann ihn einfach. Dann ist enden. Nein, Spaß. Komm. Ja, okay, Leute, pass auf. Ich geb's jetzt mal zu, ja. Pass auf. Das war ein April-Scherz heute. Ja, Junge. April-Scherz. Mein ganzes Haus. Du bist ein Scherz. Du bist ein Scherz. Weißt du, wer das zu da und hat? Ja. Ja, ja. Junge. Du musstest auf mein Haus. Du musst auf mein Haus. Ja, ja, das war ein kleiner Scherz. Wisst ihr. Ey, Spreng mal. Spreng mal. Dein Haus. Du bist ein scheiß Griefer. So, meine lieben Griefer-Freunde. Ich hab mir grad mal vorhin gedacht, ich zeig mich mal. Naja, nicht ganz. Ich hab mich ein bisschen schwammig gemacht. Aber lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da, wenn ich mich in einem nächsten Videos auch mal mit einer Facecam zeigen soll. Vielleicht bei so ein bisschen Telefon-Trawling oder sowas. Und ja, jetzt kommt hier noch zum Video, was ihr euch jetzt anschauen könnt. Und ich würde sagen, ja, bis dahin. Tschüss und bis dann. Tschüss und bis dann.